Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Info-Video. Ja, was geht die nächsten Tage ab? Ja, also morgen ist der große Tag, morgen ist Heiligabend. Ich werde so gut wie den ganzen Tag morgen unterwegs sein. Aber ich habe für euch ein Weihnachts-Special aufgenommen, was richtig lustig war. Das kommt auf jeden Fall. Also ich glaube, ich werde schon schaffen, es hochzuladen. Entweder wird es mittags kommen oder so gegen 9 Uhr abends. Aber ich glaube schon, dass ich es mittags schaffen werde. Dann habe ich noch ein Epic-Szenen vorbereitet. Kommt vielleicht, aber ich glaube eher nicht. Mal gucken. Mal gucken. Ja, und dann noch Super Mario Bros. 3 Part 19. Das soll ja laut Uploadplan morgen kommen. Kommt vielleicht. Mal gucken, ob ich es schaffe. Also das Weihnachts-Special wird auf jeden Fall kommen. Ob die zwei anderen Videos kommen, weiß ich nicht. Ich habe am 25. Mario Kart DS Part 10. Kommt auf jeden Fall. Es kommt. Epic-Szenen. Also ich habe zwei Epic-Szenen aufgenommen. Sagen wir mal, Epic-Szenen. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist dann der 9. Und hier der 10. Also ich habe zwei Epic-Szenen aufgenommen. Denn der 9. kommt vielleicht. Der 10. kommt vielleicht. Mal gucken. Challenges 5. Habe ich vorbereitet. Kommt vielleicht am 25. halt. Challenges 6 kommt auf gar keinen Fall. Aber ich habe es vorbereitet. Kommt spätestens am 29. Aber ich glaube schon, dass ich es irgendwie schon am 26. hochladen kann. Dann noch, was ich nicht geschrieben habe. Silvester. Was geht Silvester ab? Ja, da wird der Uploadplan ganz normal laufen. Und ich werde vielleicht noch ein Silvester-Video machen, was höchstwahrscheinlich ist. Das wollte ich nur gesagt haben. Was die nächsten Tage so abgeht. Worauf ihr... Was ihr erwarten könnt. Was nicht. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss.